Hallo, ja wie ihr wahrscheinlich schon wisst, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich bin Alex vom YouTube Kanal, warum Linux besser ist. In meinen früheren Videos habe ich dir ja gezeigt, das erste Ubuntu Smartphone, dieses hier, das BQ Aquaris E 4.5. Das Unboxing und den ersten Start, das habe ich dir unterhalb dieses Videos verlinkt, dort habe ich dir das schon mal gezeigt. Nun wird das Betriebssystem aber in der Form auf diesem Gerät nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, Sicherheitsupdates gibt es nach wie vor, wenn irgendwelche Sicherheitslücken auftauchen, wird das selbstverständlich geschlossen. Da lässt Ubuntu seine Benutzer nicht im Stich. Aber dieses Betriebssystem wird auf diesem Smartphone nicht mehr weiterentwickelt. Denn zugegebenermaßen von der Leistung her ist dieses Smartphone wirklich nicht der große Hit, sondern sehr, sehr schwach. Dann hat Ubuntu damals das erste Tablet herausgebracht, auch mit dem selben Betriebssystem wie auf dem Smartphone. Allerdings wird auf diesem Tablet dieses Betriebssystem nun weiterentwickelt. Das heißt, zur vollkonvergenten Version, welches auch die neuen Ubuntu Snaps unterstützt. Snaps kennst du vielleicht, das sind Pakete, die schon alle benötigten Abhängigkeiten auch mit enthalten. Nicht wie bei Tablet-Paketen, wie du das bisher kennst, wenn du ein Programm installierst, das dann angezeigt wird, als Abhängigkeiten werden noch andere Pakete benötigt. Nein, bei den Snaps ist alles schon enthalten. Da gibt es keine weiteren Abhängigkeiten. Alles in einem Paket. Daher sind sie auch leider etwas größer. Zwangsläufig, geht ja nicht anders. Und diese Snaps sind dann auch in Zukunft auf diesem Tablet mit dem neuen Betriebssystem nutzbar. Das Ganze nennt sich dann nicht mehr Ubuntu Touch, das ist nicht Ubuntu Personal. Wie man nun dieses neue Betriebssystem, das heißt momentan ist es eigentlich noch eine Entwicklerversion, auf diesem Ubuntu Tablet installiert, das zeige ich dir in diesem Video. Es muss nicht zwangsläufig das Ubuntu Tablet sein. Dieses Tablet gibt es von BQ auch als Android-Version. Das funktioniert natürlich genauso. Wie man auf dieses Tablet auch Android installiert, habe ich dir in einem anderen Video auch mal gezeigt. Das habe ich dir auch unterhalb dieses Videos verlinkt. Hast du darauf dein Android, kannst du nun die neue Ubuntu-Version auf diesem Tablet installieren. Allerdings, Vorsicht, das ist noch eine richtige Entwicklerversion. Die ist noch im, ja ich würde mal sagen im Alpha-Stadium, noch nicht mal Beta. Also aktuell ist das nicht zum produktiven Einsatz zu gebrochen, aber man kann es sich einfach mal anschauen. Und ich schaue mir das wirklich gern an und ich verfolge auch täglich die Updates, Neuerungen, die es dann hierzu gibt. Wie gesagt, wie man das auf diesem Tablet installiert, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bereite das, wenn wir kurz vor und bin gleich wieder zurück. Ja und da bin ich wieder. Hier auf der Seite von github.com von Marius Quabeck. Die URL dafür poste ich dir unterhalb dieses Videos in die Anmerkungen. Dann kannst du dort einfach draufklicken und musst es nicht hier abtippen. Marius hat hier ein tolles Tool entwickelt, um auf den verschiedenen Geräten Ubuntu Personal oder Ubuntu Touch drauf zu flashen. Hierzu hat er das Magic Device Tool entwickelt. Da klicke ich mal drauf und dann kommt man auf diese Seite. Hier siehst du alle Dateien im Quelltext, die in diesem Tool enthalten sind. Version 1.0, Magic Device Tool. Und hier siehst du, dass es auch verschiedene andere Betriebssysteme flashen kann. Ubuntu Phone, Ubuntu Touch, Android, Lineage OS, Maro OS, Selfish OS und Phoenix OS. Ja und unten verschiedene Funktionen. Systemanforderungen, Ubuntu 16.04 und darüber. Das heißt du benötigst mindestens Ubuntu 16.04, um das Tool zu nutzen. Hier die unterstützten Geräte, die da unterstützt werden mit diesem Tool. Und hier die Benutzung. Wichtig, du solltest das nicht einfach auf dieser Seite herunterladen, sondern dafür gibt es andere Möglichkeiten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Einmal kannst du es hier mit Git klonen. Das ist ein Tool unter Ubuntu, mit dem du verschiedene Sachen klonen kannst. Oder du kannst es auch direkt als Snap installieren. Hier. Ich verwende mal das Git, um das Ganze zu klonen. Dazu markiere ich das Ganze und öffne hier ein Terminal. Das geht auch, indem du die Stellung Alt und die T-Taste gleichzeitig drückst. Dann hast du auch ein Terminal. Im Terminal fliege ich durch Drücken der mittleren Maustaste das Ganze ein. Und dann wird das heruntergeladen und hier geklont. Du siehst, es ist auch schon fertig. Dann wurde das Ganze erstellt im Magic Device Tool Verzeichnis. Da gehe ich rein mit CD, Leertaste, Magic Device Tool, Eingabetaste und ein LS. Dann siehst du, was sich darin befindet. Hier das Programm Launcher.sh. Das starte ich mal mit .slash, Launcher.sh und dann die Eingabetaste. Dann wird erstmal nach einer neuen Version, nach einer aktuellen Version gesucht und geprüft, ob alles okay ist. Wenn ja, werden hier alle Geräte angezeigt, für die es möglich ist, das Ganze zu nutzen, um es zu flashen. Hier in meinem Fall ist es das BQ Aquaris M10 Full HD, also FHD. Codename Friesa. Um dahin zu wechseln, drücke ich die Taste 4 und die Eingabetaste. Dann gibt es hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal Ubuntu installieren, Open Store installieren und Screencast. Hier benötige ich Nummer 1, um Ubuntu zu installieren. Drücke ich die 1 und die Eingabetaste. Dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal, um das zu flashen und alle Daten auf dem Tablet zu löschen. Oder choose a channel to switch your device to. Ne, das möchte ich nicht. Ich möchte das wirklich flashen, dass es alles weg macht. Daher drücke ich hier die Nummer 1 und die Eingabetaste. Dann kann ich auswählen, welche Version, das ich auf dem Tablet flashen möchte. Einmal die Stable Version, die stabile Version, das ist die, die standardmäßig drauf ist. Oder RC Proposed, das ist eine Entwicklerversion, bevor es Stable wird. Die läuft eigentlich auch schon immer recht gut. Oder die Staging Version. Das ist die wirkliche Alpha Entwicklerversion, in der das Ganze wirklich noch im frühen Entwicklerstadium ist. Das möchte ich drauf haben. Also drücke ich in dem Fall 3. Dann die Eingabetaste. Nun wird das Ganze vorbereitet. Hier steht, bitte ermöglichen den Entwicklermodus auf dem Gerät. Das muss man natürlich erst machen. Den Entwicklermodus ermöglichen. Dazu gehe ich hier auf das Tablet. Dann oben einmal runterziehen. Na, wo haben wir es denn? Systemeinstellungen. Dann hier auf über. Na, das tippe ich nicht schlecht in der Kamera. Jetzt tippe ich es hier über. Da drauf tippen. Und dann unten der letzte Punkt. Das ist der Entwicklermodus. Na. Da auf drauf tippen. Dann gibt es hier den Entwicklermodus. Den muss man durch Tippen auf dieses Feld aktivieren. Du siehst es. Dann wird das grün. Nun ist der Entwicklermodus aktiv. Bevor du das nun bestätigst, solltest du das Tablet zuerst am USB-Port einstecken. Das heißt, mit einem USB-Kabel mit dem USB-Port am Computer verbinden. Dann kommt hier eine Meldung. USB-Debugging erlauben. Hier. Da tippst du einfach auf das grüne Feld auf Erlauben. Das Fenster hier kannst du zumachen. Und dann hier im Terminal gibst du ein großes Y ein und drückst die Eingabetaste. Dann wird das gereist erkannt. Du siehst es. Flashing Staging Channel. Please wait. Das Tablet hat gerade eben ausgeschalten. Das Display war an. Jetzt ist es nicht mehr an. Nun werden die ganzen Dateien über das Internet heruntergeladen. Das dauert natürlich je nachdem wie schnell oder wie langsam deine Internetverbindung ist. Die Wartezeit die schneide ich dir natürlich heraus damit du nicht ganz so lange warten musst und bin dann wieder zurück wenn das Ganze vollständig heruntergeladen wurde. Heruntergeladen werden hier mehrere Dateien. Du siehst es. 9,83 MB 323,63 MB 105,53 MB und das dauert natürlich je nachdem wie schnell oder langsam deine Internetverbindung ist. So nach ungefähr 3,5 Minuten ist der Download bei mir abgeschlossen und dann steht hier Start Pushing das heißt die Dateien werden nun auf das Tablet übertragen. Das dauert auch eine gewisse Zeit dann musst du warten bis das übertragen ist. Hier auf dem Tablet wird angezeigt ja nun ist es schon wieder weg da war eine ganz kurze Meldung ich konnte es gar nicht richtig lesen aber da habe ich einfach mal nichts gemacht einfach durchlaufen lassen nichts machen und dann geht hier auch schon das Licht an Du siehst es das Ubuntu Logo ist auf dem Tablet und nun ist scheinbar alles fertig geflasht auf dem Tablet muss es wohl erst noch installiert werden dann musst du auch warten bis das Ganze hier fertig ist So das Ganze hat auf dem Tablet eine Minute und 50 Sekunden gedauert dann ging der Bildschirm aus nun geht er wieder an und das Tablet wird nun wohl gestartet Ja das System wird installiert da blitzt es ein paar mal auf und nun scheint es fertig zu sein Nun drücke ich mal lange die Power-Taste um das Gerät einzuschalten Nochmal draufzippen kurz Nun hat es kurz vibriert und das Tablet startet das erste Mal das USB-Kabel kann man auch wieder ausstecken Dann drücke ich nochmal drauf Es hat vibriert Ja der Bildschirm geht an Und der erste Start von Ubuntu Staging Und du siehst nun kommt hier das Installationsmenü so wie das beim Ubuntu Touch vorher auch der Fall war Hier erst die Sprache auswählen Deutsch, Deutschland Dann unten rechts auf Weiter Dann hier mit WLAN verbinden Keine Funknetzwerke verfügbar Eigentlich habe ich hier welche Ich weiß nicht, muss ich das oben anschalten Ich drücke einfach mal auf Weiter Das dauert wohl einen Augenblick Na, jetzt geht es weiter Zeitzone Berlin Berlin, Germany, genau Na, mit dem Touch hat das wohl nicht so richtig Berlin Ah, okay Ich muss das weg machen Und dann unten rechts auf Weiter Na Wie gesagt, das ist noch eine reine Entwickler Alpha Version Das läuft noch bei weitem nicht flüssig und fehlerfrei problemlos Du siehst es Ich habe hier schon Probleme Das Ganze einzurichten Ich habe es vorhin schon mal geschafft Das ist nun mein zweiter Versuch Und jetzt geht es weiter Sperrbildschirmpasswort Geben Sie mindestens 8 Zeichen an Dann tippe ich mal hier rein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Q-Bis-I Einmal durch Das mit dem Touch auf dem Display geht nicht richtig Ich habe hier nochmal die Eingabetaste gedrückt Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeichen Und nochmal die Eingabetaste Nun kann ich rechts unten wieder auf Weiter tippen Hoffe ich mal Genau Willkommen bei Ubuntu Erste Schritte Und dann ist der Ubuntu Bildschirm auch schon da Ohne erste Schritte Leider kann man das Ganze nicht im Querformat verwenden Du siehst es Es dreht sich nicht Es ist immer im Hochformat Und auch hier dreht sich es nicht auf die andere Richtung Also momentan in der Alpha Version Nur in dieser Ausrichtung Hier oben Ich ziehe das Menü herunter Systemeinstellungen Na Und dann sieht man hier Na jetzt kommt die Einführung Na Möchte das gar nicht haben So weg ist es wieder Ich weiß nicht Sieht man es in der Kamera Hier Ubuntu 16.04 Momentan R157 Nun kann ich aber hier oben Meine WLAN Verbindung herstellen Das funktioniert schon Habe ich vorhin schon mal gemacht Und dann kann man immer nach Aktualisierungen suchen Du siehst es Hier links die Einstellungen Das ist etwas mehr Wie bei der ursprünglichen Touch Version Die standardmäßig auf dem Tablet drauf ist Oder wenn ich von links Hier den Starter reinziehe Das kennst du schon Der Starter Aber wenn ich das weiter ziehe Dann hat man hier ein größeres Menü Das finde ich sehr gut gelöst Ja ich verbinde mal mein Funknetzwerk Dann auf Verbinden Na oder die Eingabetaste Ja Eingabetaste funktioniert Nun bin ich verbunden Nach Aktualisierungen suchen Dann sucht er nach Aktualisierungen Wenn welche da sind Werden diese auch installiert Das hatte ich bei meiner vorherigen Installation schon gemacht Das hat problemlos funktioniert Die Software ist aktuell Dann schließe ich das nochmal Rings rüber ziehen Runterfahren Schließen Dann gibt es hier natürlich verschiedene Programme Die mehr oder weniger funktionieren Denn wie gesagt Es ist noch eine Entwicklerversion Aber teilweise funktioniert es Der Browser funktioniert Google funktioniert Ich gebe mir einen Test Suchen Das funktioniert Ich kann hier verschiedene Seiten aufrufen Test Wikipedia Ja das funktioniert soweit schon mal Größer machen Kleiner machen Sehr schön Hier auf dem Sperrbildschirm Im Querformat Kann man auch noch sehr gut sehen Dass es eine richtige Alpha Version ist Denn ich gebe hier mein Passwort ein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Dann die Eingabetaste Und das Display dreht sich auf einmal ins Hochformat Und man kann es nicht mehr drehen ins Querformat Das bleibt nun immer im Hochformat Da ist wohl der Sensor für die Ausrichtung Noch nicht aktiviert Und wird noch nicht erkannt Das ist es Es dreht sich nicht Alle Anwendungen funktionieren leider auch noch nicht Zum Beispiel die Kamera Wenn man hier drauf tippt Dann hat man nur ein weißes Bild Mehr bekommt man von der Kamera noch nicht Ich schließe sie mal wieder Was allerdings schon funktioniert Ist der E-Mail Client Hier bekomme ich eine saubere Verbindung Zu meinem E-Mail Server Und kann alle E-Mails problemlos abrufen Das funktioniert tadellos Und nun hängt das Gerät wieder Du siehst es Es ist also wirklich noch eine super Alpha Version Die absolut in der Entwicklung steht Das wird noch einiges an Zeit dauern Bis das eine stabile Version wird Ja, so weit mit diesem Video Zur Ubuntu Entwickler Version Für dieses Tablet Ubuntu Personal genannt Ich hoffe das Video hat dir so weit gefallen Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast Jederzeit gerne unten auf den Abo Button drücken Und neben dem Abo Button ist noch die Glocke Da kannst du auch drauf klicken Dann bekommst du eine Benachrichtigung Sobald sich auf diesem Kanal was tut Und ein neues Video eingestellt wird Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss und bis zum nächsten Mal 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 Tschüss und bis zum nächsten Mal